Liebe Kunden, liebe Kundinnen, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, ich bin in 2020 dankbar für die Möglichkeit, unser Unternehmen und mich auf YouTube und Instagram repräsentieren zu dürfen. Ich bin dankbar, dass wir mit unserer neuen ID-Familie endlich in die Elektromobilität einsteigen können. Dass wir trotz Corona-Geschichte unsere Tore immer noch geöffnet haben und das auch in Zukunft werden und dass wir für die Kunden da sind und das auch bleiben. Dass meine Kinder dieses Jahr so super mitgezogen haben, dass ich entspannt arbeiten konnte und die das trotz Corona alles gut hinbekommen haben. Für den Einsatz aller Mütter bei uns im Autohaus, Krankenhäusern und im Pflegedienst. Dass sie trotz der Doppelbeleistung, Beruf, Familie, Erziehung und Homeoffice ihrer Frau stehen. Für den erfolgreichen Abschluss meiner Meisterausbildung. Das Jahrwort meiner Verlobten und nächstes Jahr heiraten zu dürfen. Dass mein Hund die in der Utopäie überlebt hat. Ich bin 2020 dankbar für Nico. Dass der Baum, den ich 2020 gepflanzt habe, angewachsen ist. Ich bin dankbar dafür, die Möglichkeit zu haben, trotz Lockdown mit meinen Kindern im Homeoffice arbeiten zu können. Dass unsere Arbeitsplätze nachhaltig digitaler werden. Dass meine Familie gesund geblieben ist und auch meine Mitarbeiter in der Disco. Für 57 verkaufte Fahrzeuge und 750 glückliche Kunden. Für all meine Befürworter und dankbar für all meine Kritiker, die mich stetig besser machen. Und ich bin dankbar, dass ich in jeder Filiale herzlich willkommen bin und vor allen Dingen in Euler immer wieder mit einem leckeren Cappuccino. Für 26 Jahre Firma Kühne, hier im Bereich Teil der Zubehör in Wiedemar. Und auch dankbar, dass ich jeden Monat bündigst mein Geld bekommen habe, was mir absolute Sicherheit im Unternehmen gegeben hat. Dafür, dass im Jahr 2020 während der Krise alle Mitarbeiter hinter uns standen. Im Jahr 2020 möchten sich viele bei unseren Mitarbeitern bedanken. Das ist wichtig und richtig. Aber nicht vergessen möchte ich unsere Kunden, welche ein enorm hohes Vertrauen in unsere Firma gelegt haben, uns zur Seite standen und uns gut durch dieses Jahr gebracht haben mit ihrem Besuch in unserer Firma bei der Firma Kühne. Mit der Firma Kühne